ein kleiner nachtrag vom 29 12 2011 xxl mega deals scheint nicht nur für facebook design zu sein sondern auch für google gleiches spiel wie vorhin wir klicken hier per steuerung klick drauf und nehmen uns hier noch mal die domain in die zwischenablage meinetwegen auch vollständig öffnen damit einen neuen reiter kommen hier auf das bekannte restposten radikal reduziert 70 prozent das impressum war auf der dritten seite da und wir hatten ja mit steuerung klick in einen neuen reiter in eine neue reiter lasche auch angeklickt gehen da mal drauf dort landen wir auf melango erste seite zweite seite dritte vierte fünfte sechste siebte acht neunte zehnte elfte zwölfte dreizehnte vierzehnte seite finden wir dort das impressum und das ist jetzt das knapp 100 kilometer entfernte chemnitz nicht dresden noch mal zur zusammenfassung auch hier nehmen wir noch mal xxl media deals und prüfen das mit wenig so wir prüfen mega deals hier noch mal sibylle weber und wir prüfen noch mal melango über die wenig und landen dort bei hen david jen vergleichen melango de chemnitz xxl media deals sibylle weber dresden beides aufgerufen über den suchbegriff xxl mega deals de also eine domain die hier für die werbung auf facebook sowie auf google optimiert ist so so so